Wenn in Online-Meetings niemand reagiert, stell dir vor, du hast eine Präsentation, Online-Vortrag und die Menschen sitzen nur so drin und schauen dir zu. So, relativ empathielos, zeigen kein emotionales Feedback. Ja, kennt man ja. Du stellst eine Frage in den Chat, kommt keine Antwort. Achtung, das hat nichts mit dir zu tun und nichts mit deiner Präsentation. Das hat was damit zu tun, dass die Menschen, die vor der Kamera sitzen, keine anderen Menschen um sich herum haben, sondern nur diese Kamera vor sich. Wir kriegen das nicht übereinander, dass, wenn eine Kamera auf uns zeigt und wir dieses Ding da sehen wie Fernsehen, dass wir dann auch gesehen werden. Also wir sitzen in unserer Höhle und es ist uns nicht bewusst, dass die anderen uns sehen und dass die anderen auch unser emotionales Feedback verdient haben. Das ist halt so. Es hat nichts mit dir zu tun. Wenn du online richtig Gas geben möchtest und wahrgenommen werden möchtest und auffallen, positiv auffallen möchtest und sympathisch wirken, gib emotionales Feedback. Nicke, lächle, sei mit dem dabei, was der Präsentierende erzählt. Ich verspreche dir, genau du wirst dieser Person positiv auffallen. Wenn dir das gefallen hat, tipp mal zweimal auf die Stirn.